Wer ich bin? Ich bin nicht wie die meisten. Ich habe eine Vision, einen Traum. Die meisten Leute wollen einfach nur ihre Ruhe. Aber ich kann nicht ruhig bleiben. Overwatch ist mein Leben. Schon von Anfang an wusste ich, dass das meine Chance ist. Ich wollte der größte deutsche Overwatch-Kommentator werden. Und das habe ich zum Teil geschafft. Doch der Weg war nicht leicht. Ich musste viele Hürden überquellen. Habe viele Freunde verloren. Leute haben mich ausgelacht und nicht an mich geglaubt. Über 5 Jahre lang habe ich jeden Tag für meinen Traum gekämpft. Ohne jegliche Unterstützung oder Anerkennung. Meine Familie dachte, ich bin verrückt. Ich verschwende meine Zeit. Das hat doch alles keinen Sinn. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich wollte es allen beweisen. Ich bin gerannt, ohne zu wissen, ob ich es jemals schaffe. Soll ich aufgeben? Soll ich weitermachen? Hat das alles einen Sinn? Alle, die nicht an mich geglaubt haben, haben mich nur gestärkt. Mit jeder Missachtung, mit jedem dummen Spruch wurde meine Motivation nur stärker. Ich gebe niemals auf. Sie haben gefragt, warum machst du das? Und heute fragen sie, wie machst du das? Ich habe die Motivation. Ich habe die Leidenschaft. Ich habe die Kraft. Wer ich bin? Ich bin Viktor Polzner. Ich bin Nozirino. Auf meinem Weg habe ich gemerkt, dass die deutsche Overwatch-Community viel größer ist, als man eigentlich annimmt. Ich möchte für die deutsche Overwatch-Community alles tun, was in meiner Macht steht. Doch wir alle gehen unseren eigenen Weg. Wir arbeiten nicht zusammen. Die Community wird vereint. Wir werden alle zusammenarbeiten. Wir werden gewinnen. Und deshalb will ich mich einsetzen für euch. Deshalb will ich alles Mögliche dafür tun, was in meiner Macht steht, um als Community Lead zu zeigen, wie stark Deutschland sein kann. Deshalb, ich bitte um eure Unterstützung. Ich bitte für eure Votes. Vote mich zum Community Lead für Deutschland. Danke.